Dekanin Regine Klusmann und Pfarrerin Silvia Johannes begutachten die Decke der Überlinger Auferstehungskirche. Die Sanierungsarbeiten, die im Oktober begonnen haben, förderten sie zu Tage. Zwar ist sie fast 150 Jahre alt, aber weil sie schon zu beschädigt ist, sieht auch das Denkmalamt von einer Erhaltung ab. Gegenwärtig lässt die Kirchengemeinde den Bau aus dem späten 19. Jahrhundert rund erneuern. Seit einem Jahr sammeln sie Spenden dafür. Die Hälfte der Summe fehlt noch. Der Bau wird Gott sei Dank nicht stillstehen, weil die badische Landeskirche eine Vorfinanzierung gewährt. Aber wir haben natürlich die Auflage, möglichst schnell und zügig diese Gelder einzuwerben und das ist auch unser Ziel. Nicht lange her, da sah die Auferstehungskirche noch so aus. Den Balkon, auf dem diese Aufnahmen entstanden, gibt es mittlerweile nicht mehr. Nach der Sanierung soll eine neue Orgel ihren Platz an dieser Stelle finden. Bis hinauf zur Decke soll sie reichen. Früher, da führte eine Treppe hinauf zum Kircheneingang. Beim Abriss kam der Kronstein ins Tageslicht. 1866 wurde er laut Inschrift gelegt. Er soll dort bleiben, wo er ist. Ihn auszugraben, bringe Unglück. Im Gegensatz zu den Skeletten, die vor der Kirche im Boden lagen. Vermutlich wichtige Ordensschwestern der Franziskanerinnen, deren Kloster sich an dieser Stelle einmal befand. Ich sag mal, es zeigt ein bisschen, dass dieser Ort, an dem unsere Kirche steht, ein heiliger Ort ist. Also ein Ort, an dem schon früher eine Kirche stand, an dem Franziskanerinnen ihren Glauben gelebt haben, hier gewirkt haben, sozial tätig waren und eben auch ihre Konventsmitglieder begraben haben. Und das ist eigentlich ein würdiger Ort für eine Kirche. Und das freut mich, das nochmal so bestätigt zu wissen. Archäologen prüfen derzeit das Alter der Skelette. Die Grabbeilagen, die die Toten bei sich hatten, könnten vielleicht im Stadtmuseum ausgestellt werden. Am 1. Advent 2017 soll der Landesbischof die Kirche dann einweihen.